so leute das nächste update kommt natürlich sonntag sonntag also ostersonntag und ich bin jetzt losgelaufen um kurz vor 21 uhr und will die 10.000 schritte voll kriegen bisher sieht es mager aus aber aber es ist zu schaffen wenn ich gepackt habe dann habe ich sieben tage am stück also eine komplette woche 10.000 schritte gemacht und das ist lobenswert also zumindest ein großer fortschritt ja ja wenn ich zurückkomme mache ich noch ein update also lasst jetzt ein like da lasst einen kommentar da und abo und glocke ihr wisst bescheid später